Diejenigen, die die neunjährige Elizabeth Olten kannten, sagten, dass ihre quirlige Persönlichkeit und ihre unbändige Energie einen Raum zum Leuchten bringen konnten. Am 21. Oktober 2009 war sie überglücklich, dass sie eine Rolle in einer bevorstehenden Schulaufführung bekommen hatte. Traurigerweise sollte sie diese Aufführung nicht mehr erleben. An jenem verhängnisvollen Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr war Elisabeths Freundin Emma bei ihr vorbeigekommen, um zu fragen, ob sie zum Spielen in das Haus ihrer Großeltern am Ende der Straße kommen wollte. Da das Abendessen fast fertig war, machte ihre Mutter Patty den Vorschlag, das Ganze auf ein anderes Mal zu verschieben. Die Mädchen ließen jedoch sich nicht davon abbringen, wie es Kinder oft tun, und bettelten, bis ihre Mutter unter der Bedingung nachgab, dass Elisabeth um spätestens 18 Uhr zu Hause sein sollte. Es sollte das letzte Mal sein, dass Patty ihre Tochter sehen würde. Als es 18 Uhr wurde und keine Spur von Elisabeth zu sehen war, hatte ihre Mutter auf ihrem Handy angerufen, um zu sehen, wo sie blieb. Anstatt abzunehmen, was sie normalerweise immer tat, war der Anruf direkt auf die Mailbox gegangen. Ein mulmimiges Gefühl in Pattys Bauch sagte ihr in diesem Moment, dass etwas ganz und gar nicht stimmte. Sie rief daraufhin direkt Emmas Großeltern an, die ihr mitteilten, dass sie Elisabeth an diesem Tag überhaupt nicht gesehen hatten. In diesem Moment begann die Panik in Patty zu wachsen. Sie informierte die Polizei, dass ihre Tochter vermisst wurde. Da sie wusste, wie sehr sie sich im Dunkeln fürchtete, wollte sie ihre Tochter finden, bevor die Sonne unterging. Die Beamten waren um 18.30 Uhr vor Ort. Da Emma die letzte Person war, die Elisabeth gesehen hatte, begangen sie ihre Ermittlungen im Haus ihrer Großeltern. Als sie das Mädchen befragten, erzählte sie ihnen, dass sie beschlossen hatten, im nahegelegenen Wald zu spielen, anstatt zu ihrem Haus zu gehen. Nach Angaben der Sechsjährigen war ihre Freundin alleine nach Hause gegangen, als sie bemerkte, dass die Spielzeit vorbei war. Was danach geschah, konnte sie nicht sagen. Noch während die Polizei Informationen sammelte, waren die Anwohner bereits damit beschäftigt, Elisabeth zu suchen. Sie suchten zu Fuß, bis es dunkel wurde, um etwas zu sehen. Bis zum Morgen hatten sich hunderte von Freiwilligen zusammengefunden, in der Hoffnung, das vermisste Mädchen zu finden. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich auch das FBI der Suche nach Elisabeth angeschlossen. Mithilfe ihres Handys konnten die Ermittler ihren Aufenthaltsort eingrenzen. Obwohl sie ihren genauen Aufenthaltsort nicht bestimmen konnten, piepste ihr Handy von irgendwo im Wald aus. Aber leider war der Akku leer, bevor sie das Gerät erreichen konnten. Während der Suche stieß ein Freiwilliger auf etwas, das wie ein frisch ausgehobenes Grab aussah. Nach einigen angespannten Momenten stellten sie aber erleichtert fest, dass der ausgehüllte Raum leer war. Nach Kontaktaufnahme mit der Telefongesellschaft gelang es den Beamten, Elisabeths Telefonaufzeichnungen zu erhalten. Als sie den Namen der Personen durchgingen, mit denen sie am fraglichen Tag gesprochen hatte, stellten sie zu ihrer Überraschung fest, dass sie an diesem Nachmittag einen Anruf von Emmas 15-jähriger Schwester Alyssa erhalten hatte. Als sie sich mit Emma zusammensetzten, um mehr darüber zu erfahren, was genau am Nachmittag des 21. Oktober geschehen war, änderte das kleine Mädchen seine Geschichte. Selbst in ihrem jungen Alter spürte sie, dass es an der Zeit war, die Wahrheit zu sagen. So wie Emma sich erinnerte, hatte ihre Schwester sie, als sie draußen waren, nach Hause geschickt, bevor sie mit Elisabeth in den Wald verschwand. In ihrer Unschuld hatte das Mädchen nicht einen Moment lang gedacht, dass irgendetwas nicht stimmte. Nachdem sie mit Emma gesprochen hatten, brachten die Ermittler Elisabeth Bustamante zur Befragung herbei. Der verantwortliche Beamte hatte einige Zeit damit verbracht, eine Beziehung zu dem Teenager aufzubauen, bevor er zum eigentlichen Thema überging und war dabei ganz locker und ungezwungen geblieben. Elissa hatte zunächst geleugnet, am Tag ihres Verschwindens Kontakt zu Elisabeth gehabt zu haben. Im Gegensatz zur Version ihrer Schwester gab sie an, von der Schule nach Hause gekommen zu sein, sich in ihr Zimmer zurückgezogen zu haben und erst später am Abend zu einer Kirchenveranstaltung gegangen zu sein. Was Elissa nicht wusste war, dass ihre Großeltern den Behörden erlaubt hatten, ihr Haus vor der Befragung zu durchsuchen. Im Schlafzimmer der Teenagerin, das aussah als wäre ein Tornado durchgekommen, hatten sie mehrere interessante Gegenstände gefunden, darunter ihr Tagebuch. Das Tagebuch war voll von beunruhigenden Notizen, aber die Ermittler interessierten sich besonders für einen Eintrag vom 21. Oktober, der mit Filzstift übergekritzelt worden war. Obwohl der größte Teil des Eintrages unleserlich war, konnten sie zwei Wörter ausmachen. Das eine Ort war Kehle und das andere Schnitt. Nachdem ein forensisches Team die Passage mühsam vollständig entziffert hatte, erschreckte die Schwere der geschriebenen Gedanken des Teenagers selbst die erfahrensten Ermittler. Sie schrieb, dass sie jemanden ums Leben gebracht hatte und wie sie es getan hat. Sie hat mehrmals mit dem Messer auf sie eingewirkt. Sie wüsste nicht, wie sie sich nun fühlen sollte, aber es war unglaublich. Sobald sie das Gefühl los war, dass sie sich nicht dazu überwinden konnte, war es sehr angenehm. Sie wäre zittrig und nervös und müsse nun in die Kirche gehen. Neben diesem belassenen Beweisstück wurde die Polizei auch darauf aufmerksam gemacht, dass Elissa hinter dem Haus ihrer Großeltern mehrere Löcher gegraben hatte, die den im Wald gefundenen Loch sehr ähnlich sahen. Als sie darauf aufmerksam gemacht wurde, tat sie es mit einem Achselzucken ab und sagte, dass es ihr einfach Spaß mache, Löcher zu graben. Nachdem sie sich eine Stunde lang im Kreis gedreht hatte, teilte ihr der Beamte schließlich mit, dass ihr Tagebuch als Beweismittel sichergestellt worden sei. Nachdem sie ihre intimsten Geheimnisse gelesen hatten, wussten sie, dass sie für die Tat Anneliese beverantwortlich war. Trotzdem mussten sie die Details in ihren eigenen Worten hören. Nachdem sie sich einen Moment Zeit genommen hatte, um ihre Gedanken zu sammeln, gab Elissa zu, dass sie an diesem Tag mit Elisabeth in den Wald gegangen war. Sie erzählte, dass das Mädchen auf den Weg dorthin gestürzt war und sich den Kopf gestoßen hatte. Obwohl sie versucht habe, Hilfe zu leisten, sei sie dabei umgekommen. Aus Angst, dass man ihr die Schuld an dem Vorfall geben würde, hatte Elissa die Verstorbene verbrannt und war nach Hause gegangen, als ob nichts geschehen wäre. Das schien zwar plausibel, entsprach aber bei weitem nicht dem, was sie in ihr Tagebuch geschrieben hatte. Als sie gedrängt wurde, die Wahrheit zu sagen, brach sie in Tränen aus. Als sie sich wieder gefasst hatte, erzählte sie die schreckliche Geschichte, wie Elisabeth ihr Schicksal ereilt hatte. Elissa erzählte, dass sie Emma und Elisabeth gegen 17.30 Uhr draußen getroffen hatte. Plötzlich fühlte sie sich getrieben, den dunklen Wünschen nachzugehen, die sie so lange wie möglich unterdrückt hatte und beschloss in diesem Moment, dass das Mädchen den nächsten Tag nicht mehr erleben würde. Nachdem sie ihrer Schwester gesagt hatte, sie solle sie in Ruhe lassen, hatte sie Elisabeth überredet, sie in den Wald zu begleiten, angeblich, um ihr etwas Interessantes zu zeigen. Da sie keinen Grund zur Annahme hatte, dass sie in Gefahr war, hatte sie Elisses Hand genommen und ist mit ihr mitgegangen. Als sie tief im Wald waren, wo sie niemand hören konnte, hatte Elissa die Neunjährige mit einem Küchenmesser bedroht und dann auf sie eingewirkt. Um ihre Tat zu vertuschen, vergrub Elissa den Körper in einem Loch, das sie fünf Tage vor der Tat ausgehoben hatte. Danach ging sie nach Hause und machte sich frisch, um sich auf eine Tanzveranstaltung in der Kirche vorzubereiten, die sie und ihre Familie besuchten. Nach diesem erschütterten Geständnis führte sie die Behörden zu Elisabeth. Nachdem sie verhaftet wurde, begannen die Ermittler, tief vor Annelisses Vergangenheit zu forschen. Was sie dabei herausfanden, machte erschreckend deutlich, dass sie sich schon seit geraumer Zeit auf einem Weg der Verwüstung befand. Als Kind einer abhängigen Mutter, die dazu neigte, für längere Zeit zu verschwinden, und eines Vaters, der im Gefängnis saß, waren Elissas frühere Jahre von Unruhe geprägt. Ihre Großeltern waren sich bewusst, dass sie und ihre jüngeren Geschwister keine Chance haben würden, wenn nicht jemand einspringt, und übernahmen daher die Vormundschaft für sie, als sie acht Jahre alt war. Obwohl sie den Kindern nach allem, was man hört, ein stabiles, liebevolles Zuhause boten, war es in Elisses Fall zu spät, um ihren seelischen Schaden zu beheben. Als sie in die Pubertät kam, verletzte sich Elisha, um den Druck abzubauen, der sich in ihr aufbaute. Obwohl sie in der Schule gut abschnitt und bei ihren Mitschülern beliebt war, hegte sie dunkle Gedanken, die sie auf verschiedenen Social-Media-Plattformen offen zeigte. Im Jahr 2007, im Alter von 13 Jahren, hatte sie einen Versuch unternommen, sich selbst etwas anzutun. In der Hoffnung, sie retten zu können, hatten ihre besorgten Großeltern dafür gesorgt, dass sie die bestmögliche Behandlung erhielt, die sowohl eine stationäre als auch eine ambulante Therapie umfasste. Aber letztendlich konnte keine noch so gute Behandlung Elissa retten. Wie sie aus ihrem Tagebuch hervorgeht, empfand sie keine Gewissensbisse, sondern ein Gefühl der Erleichterung, als sie die Tat begannen hatte. Ihre Gefühlslosigkeit und ihr Mangel an Empathie ließen die Ermittler zu dem Schluss kommen, dass sie durchaus in der Lage war, einem anderen Menschen das Gleiche anzutun, wenn sich die Gelegenheit dazu bot. In Anbetracht ihrer offensichtlichen Unempfindlichkeit gegenüber dem Leid anderer beschloss der Staat Missouri, sie als Erwachsene anzuklagen. Im Oktober 2009 wurde Elissa angeklagt, was im Falle einer Verurteilung eine lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung zufolge hätte. Nachdem sie sich trotz ihres frühen Geständnisses für nicht schuldig erklärt hatte, wurde sie in Untersuchungshaft genommen. Nach einem mehr als zweijährigen Rechtsstreit erklärte sie sich am 3. Januar 2012 bereit, sich schuldig zu bekennen und dafür eine lebenslange Freiheitsstrafe plus 30 Jahre mit der Möglichkeit der Bewährung zu erhalten. Obwohl sie sich auf den Deal eingelassen hatte, wurde in ihrem Namen Berufung eingelegt, die 2014 abgewiesen wurde. Wenn nichts Unvorhergesehenes dazwischenkommt, wird sie frühestens im Jahr 2047 entlassen werden können. Neun Monate nach dem Urteil verklagte Patty Price sowohl Elissa als auch die psychiatrische Klinik, die sie in den Monaten vor der Tat an ihrer Tochter betreut hatte. In ihrer Klage machte sie geltend, dass die Einrichtung nichts unternommen hatte, um die Öffentlichkeit vor Elissa zu schützen, dessen Tendenzen immer wieder vom medizinischen Personal beobachtet wurden. Obwohl Elissa ein Medikament zur Behandlung von Depressionen verschrieben wurde, gab sie später an, dass dieses ihre feindseligen Gefühle eher verschlimmert als verbessert habe. In einem separaten Verfahren hatte Patty auch die Großeltern von Elissa verklagt. Als ihre gesetzlichen Vormünder machte sie sie mitverantwortlich für die Handlungen des Teenagers, der schon lange vor der Tat Anzeichen einer schweren psychischen Erkrankung gezeigt hatte. Im Oktober 2014 wurde der Fall für 400.000 Dollar beigelegt. Ein Richter wies schließlich die Klage gegen die Gesundheitseinrichtung ab, nachdem er festgestellt hatte, dass diese in keiner Weise für Elissas Handlungen verantwortlich war. Im Jahr 2017 wurde ein Vergleich im Verfahren gegen Elissa erzielt. Obwohl dies ihre Tochter nicht zurückbringen würde, wurde Patty Price ein Urteil in Höhe von 5 Millionen Dollar zugesprochen. Das bedeutet, dass alle Gelder, die Elissa außerhalb ihrer monatlichen Gefängnisbezüge erhielt, einschließlich der Einnahmen aus Buch- oder Filmverträgen, bezahlten Interviews und Ähnlichem, an die Familie des Opfers gehen würden. In einer Wendung der Ereignisse wurde ein Gesetz im Jahr 2021 vom Gouverneur von Missouri unterzeichnet. Dieses Gesetz sieht eine Strafmilderung vor, wenn der Täter zum Zeitpunkt der Tat unter 18 Jahre alt war und eine Strafe von mehr als 15 Jahren erhalten hat. Da Elissa erst 15 Jahre alt war, als sie die Tat beging, würde diese Ausnahmeregelung ihre Haftzeit drastisch verkürzen, bevor sie für eine Bewährungsstrafe in Frage käme. Sollte sie als Kandidatin für dieses Gesetz eingestuft werden, könnte sie möglicherweise schon 2027 wieder auf freiem Fuß sein. Eine Reihe von Opferanwälten, darunter Elisabeth Mutter, arbeiten unermüdlich daran, dies zu verhindern.